Ihr habt ja wirklich am Samstag diese Chance, Meister zu werden ohne Niederlage. Die Fans haben das ja auch heute gefeiert mit diesen goldenen Ballons. Hast du das gesehen, mit der 50? Ja, ja. Ja, ich habe es gesehen. Am Ende habe ich gefragt, warum, aber danach war ich in dem Spiel. Aber ja, sicher, es ist unser Ziel. Wir haben noch drei Spiele in der Bundesliga, Europa League und im Pokal. Und wir haben eine Session, das Ziel zu erreichen am nächsten Sonntag. Es war super, wenn wir die Meisterschale ohne Niederlage gewinnen konnten. Das hat nie passiert, das ist klar. Wir brauchen ein bisschen Pause, morgen und Dienstag frei. Und danach haben wir zehn Tage Zeit, um die Folge zu gehen, um alle zu kämpfen, zu besuchen. Und ja, heute war wichtig und sehr gut gelaufen. Und dann... bis zum nächsten Mal.